Was wissen wir über Shepard? Sie wurde auf der Erde geboren. Über ihre Familie gibt es keinen Eintrag. Sie hat keine. Sie ist quasi auf der Straße aufgewachsen. Sie hat gelernt, auf sich selbst aufzupassen. Sie hat sich beim skylianischen Angriff bewährt. Sie hat die Burden-Truppen des Feindes aufgehalten, bis Verstärkung eintraf. Hier allein ist es zu verdanken, dass es Elysium noch gibt. Ihr Mut steht außer Frage. Die Menschheit braucht Helden. Und Shepard ist dafür unsere beste Wahl. Ich stimme dafür. Das Arcturus Prime Massenportal ist in Reichweite. Starte die Transmissionssequenz. Komm mal an. Verbunden. Berechne Transitmasse und Ziel. Das Massenportal ist heiß. Zugriff auf Annäherungsvektoren. Alle Stationen sichern für Transit. Grünes Licht. Annäherung eingeleitet. Portal-Kontakt in 3, 2, 1. Schubwerke check. Navigationssystem check. Interne Emissionsspeicher aktiviert. Alle Systeme online. Abweichung etwas weniger als 1500 Kilometer. 1500 ist in Ordnung. Ihr Käpt'n wird zufrieden sein. Ich kann den Typen nicht ausstehen. Nihilis hat Ihnen ein Kompliment gemacht. Und Sie hassen ihn? Ich habe uns gerade einen Sprung über die halbe Galaxie machen lassen. Und dabei ein Ziel von der Größe eines Knopfes getroffen. Das ist nicht nur in Ordnung, sondern verdammt brillant. Außerdem bedeuten Specters immer Ärger. Ich will ihn nicht an Bord haben. Nennen wir es Paranoia. Das ist Paranoia. Der Rat hat bei der Finanzierung dieses Projekts geholfen. Es ist Ihr gutes Recht, jemanden abzustellen, der Ihre Investition beurteilt. Das ist die offizielle Version. Aber nur Idioten glauben offizielle Versionen.